Sammle Geburtstagsgeschenke. Also insgesamt müsstet ihr drei Geschenke sammeln, aber es gibt wieder mal denselben Fehler wie fast jedes Jahr. Sobald ihr ein Geschenk gefunden habt, lasst es fallen, sammelt es dann wieder auf, lasst es wieder fallen, sammelt es wieder auf und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Normalerweise haben sie die anderen Geburtstage diesen Fehler mal nicht behoben. Ich denke mal, es müsste auch bei dieser Season so bleiben.